Wir haben jetzt noch einen kurzen Vortrag, der Sie darüber aufklären soll, darüber begeistern soll, was die SOTOM-EU ist, die State of the Map. Und da glaube ich, gebe ich das Wort direkt an die Manuela, damit sie uns eben fasziniert, was uns dahin erwartet, dass wir alle unbedingt nach Wien wollen im Juli dieses Jahres. Wien im Sommer ist bestimmt super. Ja, danke. Ja, ich freue mich sehr, dass ich ganz kurz was zur State of the Map Europe erzählen darf. Und zwar ist es die europäische OpenStreetMap-Konferenz, die vom 15. bis 17. Juli in Wien stattfinden wird. Warum State of the Map Europe? Wie viele von euch aber wahrscheinlich wissen, ist die internationale State of the Map in diesem Jahr in Denver, in den USA. Und unsere Überlegung war einfach, ein Großteil der OpenStreetMap-Community ist ja doch Europa in Europa. Und für viele von den Privatleuten, aber auch für kleine Firmen wird es einfach zu teuer sein, in die USA zu reisen. Im letzten Jahr war es auch schon so, dass es eine extra Veranstaltung State of the Map US gab, deswegen dachten wir uns, cool, wenn dieses Jahr die State of the Map in den USA ist, machen wir eine in Europa. Warum Wien? Das eine ist, dass Wien halt ein schöner Standort mitten in Europa ist. Man hat das ja früher mal so das Portal in den Osten genannt. Und es ist einfach, es ist gut zu erreichen, auch mit günstigen Fluglinien, mit Nachtzügen. Und es ist auch für die Mapper aus Osteuropa, aus der Ukraine, aus Russland und so weiter einfach schön, weil es mal ein bisschen näher ist, als die Konferenz bisher. Und natürlich, weil Wien einfach eine schöne Stadt ist, da lohnt es sich auch mal, Urlaub zu machen. Also das heißt, alle, die irgendwie Interesse haben, können ruhig auch ihre Familie mitnehmen und die können da sicherlich auch ein schönes Wochenende verbringen, während ihr auf der Konferenz seid. So, wer organisiert das? Hauptorganisator ist der Verein OpenSuite Moor Austria, der in diesem Jahr gegründet wurde. Und Mitorganisator ist die TU Wien, die Forschungsgruppe Kartografie, in der ich auch arbeite. Aber ich bin auch in dem Verein tätig. So, um was geht es? Oder was für Themen werden dort vertreten sein? Wir haben einen Call for Papers gestartet im letzten Dezember. Und waren sehr, sehr überrascht über das gute Feedback. Das heißt, wir haben 74 sehr spannende Einreichungen bekommen. Wir werden leider nicht für alle Platz haben, aber wir werden wirklich eine ganze Reihe sehr spannender Teams haben. Hier ist mal ein ganz winziger Ausschnitt aus den Themen, die uns erwarten. Also, vielleicht seht ihr einfach schon ein paar Gesichter, die euch bekannt vorkommen werden. Wir werden ein Keynote von Steve Coast haben, von Mookie Hackley. Es wird jemand von dem Hot-Team da sein. Ganz spannende Themen, viele bekannte Gesichter. Und es kommen auf jeden Fall noch viele Sachen dazu, vielleicht auch von Leuten, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Aber die eben ganz spannend sind, weil sie zum Beispiel aus Russland kommen, aus der Ukraine, aus Weißrussland und so weiter. Also ganz spannende neue Gesichter, auch neue Themen. Hier sieht man auch ungefähr so die Themengebiete, um die es geht. Wir haben, nachdem die Veranstaltung ja in der TU Wien stattfindet, uns gedacht, wir machen auch vielleicht einen speziellen Fokus auf Research-Themen. Das heißt, es wird einen Research-Track geben. Und dann natürlich Tech-Talks, Themen, die sich um OpenStreet im Allgemeinen handeln und auch so powered by OpenStreet-Map-Themen. Okay, wo genau wird es stattfinden? Ich habe es schon gesagt, an der TU Wien. Hier ist ganz kurz die Karte von Wien. Ich weiß jetzt nicht, ob man da so viel sieht. Aber was man da auf jeden Fall sieht, es ist wirklich mitten in Wien. Es ist Karlsplatz, es ist ja so ziemlich das Zentrum. Und es sind fünf Minuten vom Karlsplatz weg. Es ist in Fußweg, Nähe, ist die Oper, ist das Museumsquartier. Also lauter spannende Sachen, die man sich dann auch anschauen kann, wenn man dort ist. Registration, wir werden, es wird eine Registrierungsgebühr geben. Man kann sich momentan schon anmelden. Early Bird kostet momentan 60 Euro. Nach Mitte Mai ist Early Bird-Phase rum und es wird 90 Euro kosten. So, jeder von euch, der jetzt hier drin sitzt und denkt, coole Veranstaltung, würde ich gerne irgendwie unterstützen. Wir suchen auch noch nach Sponsoren und das können auch kleine Beträge sein. Prozess-Status beginnt schon ab 300 Euro. Also bitte einfach mich oder Andreas ansprechen. Oder eben an diese E-Mail-Adresse. So, ganz grob, wo kriegt man die Informationen? Die Konferenzseite ist sotten-eu.org und die Wiki-Seite ist hier. Was lustig ist, dass es wahnsinnig viele Übersetzungen gibt. Das heißt, in fast jeglicher Sprache im europäischen Raum kann man sich das irgendwie durchlesen. Anfragen an info.sotten.eu.org Und, also heute ist auch noch der Andreas Labros da, den ihr vielleicht auch schon kennt. Er sitzt hier in der zweiten Reihe und er ist eben auch der Mitorganisator. Also die E-Mails an diese Adresse gehen an Andreas und mich. Okay, na gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns sehr, auch wenn ihr nach Wien kommt. Danke schön, Manuela. Danke auch Andreas für die Initiative, eine Alternative zur großen Sotten zu schaffen. Und ich denke, vielleicht ist das Potenzial in Europa ja sogar so groß, dass die Sotten-EU darüber hinauswächst und vielleicht sogar die offizielle Sotten, die weltweite dann auch schlägt. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle...